Das Gorgonenhaupt Doch ist es weniger das Grauen als die Anmut, die den Betrachter zu Stein erstarren lässt. Shelley Ich habe keinen Grund zu der Annahme, dass irgendjemand meiner Geschichte Glauben schenken wird, und wenn ein anderer sie erzählte, würde ich sie vermutlich ebenso wenig glauben wollen. Dennoch erzähle ich sie nun in der Hoffnung, dass der bloße Akt des Erzählens, das in Worte fassen dieses makaberen Tagtraumabenteuers, etwas dazu beiträgt, meinen Geist von der abscheulichen Last zu befreien. Ab und zu hat nur eine Haaresbreite zwischen mir und der brodelnden teuflischen Welt des Wahnsinns Platz gefunden. Denn das grässliche Wissen, die schreckensfinsteren Erinnerungen, die ich schon so lange in mir trage, waren nie dafür vorgesehen, von menschlichem Verstand erfasst zu werden. Zweifellos ist dies ein eigenartiges Geständnis von jemandem, der stets ein Connoisseur des Grauens gewesen ist. Die todbringenden, bösartigen und grauenhaften Dinge, die sich im Gewirr des Daseins verbergen, haben mich stets mit einer Kraft in ihren Bann gezogen, die schon als unheilig bezeichnet werden muss. Ich habe nach ihnen gesucht und sie gemustert, wie ein Mensch, der den tödlichen Blick des Basilisken durch den Spiegel erwidert, oder wie ein Gelehrter, der, angetan mit Schutzmaske und Handschuhen, mit ätzenden Giften in seinem Laboratorium hantiert. Sie enthielten für mich zu keiner Zeit den allergeringsten Hauch des Bedrohlichen, denn ich betrachte sie mit völlig objektiver Sachlichkeit. Ich habe vielerlei Hinweise auf das Gespenstische, das Scheußliche, das Bizarre untersucht, vielerlei Irrgärten des Schreckens durchlaufen, vor denen andere voller Argwohn oder Beklommenheit zurückgeschreckt wären. Doch nun wünsche ich mir, es gäbe eine Verlockung, der ich nicht gefolgt wäre, ein Labyrinth, das meine Neugier unerforscht gelassen hätte. Am unglaublichsten ist vielleicht die Tatsache, dass sich die Angelegenheit im heutigen London des 20. Jahrhunderts zugetragen hat. Der bloße Anachronismus und die Märchenhaftigkeit des Geschehens haben mich an den Wahrheiten von Raum und Zeit zweifeln lassen. Seither gleiche ich jemandem, der steuerlos auf sternenlosen Meeren der Verwirrung dahintreibt oder noch nie vermessene Dimensionen durchstreift. Ich habe mich seither nie wieder ganz zurechtfinden können. Nie war ich mir völlig sicher, dass ich mich nicht in andere Jahrhunderte verirrt habe, in andere Länder als jene, die vom Zeitlauf und der Geografie der Gegenwart bestimmt werden. Ich habe seither das ständige Bedürfnis, mich durch heutige Menschenmengen, grelle Lichter, Gelächter, Lärm und Unruhe des Hier und Jetzt rückzuversichern. Ständig befürchte ich, dass diese Dinge nur eine fadenscheinige Barriere sind, hinter der das Reich uralten Grauens und nicht auszudenkender Bosheit lauert, in das ich einen abscheulichen Blick geworfen habe. Und immer wieder beschleicht mich das Gefühl, dass sich das Gespinst jeden Augenblick auflösen könnte und mich dem ultimativen Schrecken preisgibt. Warum ich überhaupt nach London gekommen war, tut nicht unbedingt etwas zur Sache. Ich will es dabei belassen, dass ich einen schweren Verlust erlitten hatte, denn die einzige Frau, die ich je liebte, war gestorben. Wie auch andere es in einem solchen Fall tun, begab ich mich auf Reisen, um zu vergessen, um mich durch das Neue in fremden Landschaften ablenken zu lassen. In London hielt ich mich deshalb länger auf, weil die graue, nebelverhüllte Weite der Metropole ihre immer wieder unterschiedlichen Menschen, ihr schier unerschöpfliches Gewirr an Gassen und Straßen und Häusern in gewisser Hinsicht dem Vergessen selbst glichen. Das bot mir eine weitaus bessere Zuflucht vor meinem Kummer, als freundlichere Städte es zuvor vermocht hatten. Ich weiß nicht mehr, wie viele Wochen oder Monate ich mich in London aufhielt. Zeit bedeutete mir wenig mehr als etwas, das durchgestanden werden musste, und diese Spanne zählte ich nicht. Ich kann mich nur schwer daran erinnern, was ich tat oder wohin ich ging. Alles verschwamm in einer kaum beachtenswerten Eintönigkeit. Jedoch steht mir die Begegnung mit dem alten Mann ebenso klar vor Augen wie jeder beliebige gegenwärtige Eindruck, vielleicht sogar noch klarer. Unter den schwachen Erinnerungen an jene Zeit ist diese wie mit schwarzer Säure in mein Gedächtnis eingebrannt. An den Namen der Straße, in der ich ihn sah, kann ich mich nicht mehr erinnern, aber sie lag nicht weit von The Strand. Dort drängte sich die Menschenmenge des Nachmittags unter einem hohen, dichten Nebel, den die Sonne schon Tage oder Wochen lang nicht hatte durchdringen können. Inmitten dahin hastender Gesichter und Gestalten, die mir nicht mehr bedeuteten als der monotone Himmel oder die austauschbaren Geschäfte, schlenderte ich ziellos umher. Meine Gedanken waren müßig, leer, unbedeutend. Seit ich mich einem nur allzu wirklichen Schrecken hatte stellen müssen, gab ich meine Suche nach den dunkleren Geheimnissen des Daseins zunächst auf. Nichts warnte mich. Ich rechnete mit nichts Absonderlicherem als der alltäglichen Tristesse der Straßen und Menschen von London. Und dann stand mit der erschreckenden Plötzlichkeit einer Erscheinung auf einmal dieser Mann zwischen mir und dem anonymen menschlichen Gebrodel. Ich hätte ums Leben nicht sagen können, aus welcher Richtung er gekommen war. Von Körperbau und Gestalt war er nicht außergewöhnlich, wenn man einmal von der aufrechten Haltung absah, die er trotz seines weit fortgeschrittenen und offensichtlichen Alters an den Tag legte. Seine Kleidung war ebenfalls nicht ungewöhnlich. Allerdings war auch sie über die Maßen alt und schien einen Hauch des Altertümlichen auszustrahlen, stärker als jener den Schnitt und Stoff schon hinreichend vermittelten. Nein, es war das Gesicht dieses Mannes, das mich aus meinem Dämmerzustand riss und ihm meine faszinierte und ehrfürchtige Aufmerksamkeit sicherte. Mit den toten, bleichen, tief verrunzelten Zügen, die wie geschnitztes Elfenbein aussahen, mit dem langen, lockigen Haar und Bart, die so weiß waren wie mondbeschienener Nebeldunst, mit diesen Augen, die aus ihren tiefen Höhlen wie die Kohlen dämonischer Feuerstellen in den Kadavern der Unterwelt glühten, hätte er das lebende Vorbild für Karon abgeben können, den Fehrmann, der die Toten über den schweigenden Sticks in den Hades überführt. Er schien aus einem Zeitalter und einem Land der klassischen Mythologie in das wimmelnde Lärmen jener Londoner Straße getreten zu sein. Der eigenartige Eindruck, den er auf mich machte, wurde durch seinen Habitus keineswegs gemildert. Ich achtete so wenig darauf, dass ich mich hernach an keine Einzelheiten zu erinnern vermochte, allerdings glaube ich, dass darin Schwarz vorherrschte, das mittlerweile vor Alter schon grün wurde und an das Gefieder eines unheimlichen Vogels erinnerte. Meine Verwunderung über das Erscheinungsbild dieses einzigartigen alten Mannes steigerte sich noch, als ich bemerkte, dass keinem der Passanten an ihm etwas Ungewöhnliches oder Sonderbares aufzufallen schien. Alle hasteten weiter ihres Weges, ohne ihm mehr als jenen kurzen Blick zu schenken, den man jedem beliebigen alten Bettler schenkt. Ich selbst war stehen geblieben. Eine augenblickliche Faszination ließ mich auf der Stelle erstarren, und ein Schrecken befiel mich, den ich weder begreifen noch bestimmen konnte. Der alte Mann hatte ebenfalls innegehalten, und ich bemerkte, dass wir etwas abseits vom Menschenstrom standen, der sich offenbar ganz in den eigenen Ängsten und Verlockungen verstrickt an uns vorbei wälzte. Anscheinend hatte er erkannt, dass er meine Aufmerksamkeit erregt hatte und bemerkte zudem die Wirkung, die er auf mich ausübte. Und so trat der alte Mann näher und setzte ein Lächeln auf, in dem eine furchtbare Bosheit lauerte, etwas Uraltes, namenlos Böses. Gern wäre ich davongeschritten, doch schien ich die Fähigkeit des Gehens spontan verlernt zu haben. Neben mir hielt er an, maß mich mit dem Blick seiner kohlschwarzen Augen und sagte zu mir mit leiser Stimme, die kein Passant hätte hören können, »Wie ich sehe, finden Sie Geschmack am Grauen. Die finsteren und schrecklichen Geheimnisse des Todes, die gleichsam furchtbaren Mysterien des Lebens, sie erwecken hier Interesse. Wenn Sie mich begleiten wollen, werde ich Ihnen etwas zeigen, das die Quintessenz des Grauens selbst ist. Sie werden das schlangenköpfige Haupt der Medusa selbst erblicken, eben jenen Kopf, der einst durch das Schwert des Perseus vom Rumpf geschlagen wurde. Ein unauslotbarer Schrecken erfasste mich bei diesen seltsamen Worten, die mit einem Akzent gesprochen wurden, der eher vom Geist als vom Gehör erfasst wurde. So unglaublich es auch klingen mag, ich bin mir nie ganz darüber im Klaren gewesen, welche Sprache er verwendete. Vielleicht war es Englisch, vielleicht aber auch Griechisch, das ich einwandfrei beherrsche. Seine Worte wurden von mir verstanden, ohne dass ich ihren tatsächlichen Klang oder ihre Sprachbeschaffenheit hätte benennen können. Die Stimme selbst, nun, ich weiß nur, dass sie genauso gut den Lippen des Charon selbst hätte entweichen können. Sie war kehlig, tief und unheilvoll, in ihr war der Widerhall von Finsternis und lichtlosen Höhlen zu vernehmen. Natürlich weigerte sich mein Verstand näher, auf die unerklärlichen Gefühle und Vorstellungen einzugehen, die mich in diesem Moment überfluteten. Ich redete mir ein, dass es bloße Einbildung war, dass es sich bei dem Mann um einen sonderbaren Verrückten handelte oder auch nur einen bloßen Schwindler, einen Schausteller, der sich auf diese weise Kundschaft heranholte. Doch sein Aussehen und seine Worte hatten etwas grabesträchtig Seltsames an sich. Sie schienen in überreichem Maße jene Absonderlichkeit und Bizarrerie zu verheißen, der ich einst nachgejagt und von der ich in London bislang kaum einen Hauch verspürt hatte. Daher antwortete ich ihm mit ernstem Tonfall, In der Tat, das Haupt der Medusa würde ich sehr gerne sehen, doch bisher hatte ich den Eindruck, dass dieser Anblick den Tod bringt, dass jene, die sie ansahen, auf der Stelle zu Stein erstarrten. Das kann vermieden werden, erwiderte mein Gegenüber. Ich werde ihnen einen Spiegel geben, und wenn sie nur gut Acht geben und es ihnen gelingt, ihre Neugier im Zaum zu halten, können sie die Medusa auf gleiche Weise sehen, wie Perseus es tat. Sie werden aber sehr aufpassen müssen, und sie ist wirklich so faszinierend, dass nur wenige es sich verkneifen können, sie unmittelbar anzusehen. Oh ja, sie werden sehr vorsichtig sein müssen. Sein Gelächter war noch grauenhafter als sein Lächeln, und noch während er lachte, zupfte er mich schon am Ärmel mit einer knotigen Hand, die ganz zu seinem Gesicht passte und die gut und gerne während unzähliger Zeitalter die schwarzen Ruderstangen der stügischen Barke umklammert haben mochte. Kommen Sie, es ist nicht weit von hier, sagte er, und eine solche Gelegenheit bekommen Sie nie wieder. Der Kopf gehört nämlich mir, und ich zeige ihn nicht jedem x-beliebigen. Aber ich sehe schon, dass Sie zu den wenigen Personen gehören, die seinen Anblick ganz sicher zu schätzen wissen. Mir ist immer noch unerklärlich, dass ich seine Einladung so bereitwillig angenommen habe. Die Persönlichkeit des Mannes hatte etwas ausgesprochen Abstoßendes, und er erweckte in mir eine Mischung aus unwiderstehlicher Furcht und Abscheu. Wahrscheinlich war er ein Spinner, vielleicht sogar ein gemeingefährlicher Verrückter, oder falls er nicht wahnsinnig war, hatte er einen üblen Plan im Sinn, irgendeinen bösartigen Vorsatz, zu dem ich Beihilfe leistete, indem ich ihn begleitete. Mit ihm zu gehen war der reine Wahnsinn. Es war die schiere Narretei, ihm überhaupt zuzuhören. Und natürlich war seine wilde Behauptung, das legendäre Gorgonenhaupt zu besitzen, zu lächerlich, als dass man überhaupt sich die Mühe hätte machen müssen, Unglauben zu äußern. Falls es einen solchen Gegenstand im Griechenland der mythischen Vorzeit gegeben hatte, so befand er sich ganz sicher nicht im heutigen London im Besitz eines alten Mannes von zweifelhaftem Äußeren. Die ganze Sache war noch lachhafter als ein Wachtraum, aber dennoch begleitete ich ihn. Ich stand unter einem Bann, dem Bann des unbekannten Geheimnisses, des Schreckens, des Widersinns. Sein Angebot hätte ich ebenso wenig abschlagen können, wie ein Toter die Überfahrt durch Charon an die Gestade des Hades von sich hätte weisen können. Bis zu meinem Haus ist es nicht mehr weit, versicherte er mir wiederholt, als wir die belebte Straße hinter uns ließen und in eine schmale, lichtlose Gasse traten. Damit hatte er vielleicht recht, allerdings habe ich keine genaue Vorstellung von der Strecke, die wir zurücklegten. Von den Gassen und Durchgängen, durch die er mich führte, hätte ich kaum jemals angenommen, dass es sie in diesem Viertel Londons überhaupt geben könnte, und in weniger als einer Minute hatte ich hoffnungslos die Orientierung verloren. Die Häuser waren üble Mietskasernen, offenbar sehr alt, und dazwischen standen einige verfallene Anwesen, die zweifellos noch älter waren und wie die Überriste einer früheren Stadt wirkten. Es fiel mir auf, dass wir bis auf wenige vereinzelte Passanten, die uns zu meiden schienen, alleine waren. Die Luft war außerordentlich kühl geworden und mit eigenartigen Gerüchen unterlegt, die das Gefühl der Kälte und des Uralten noch weiter unterstrichen. Über uns hing ein leichenfahler, unveränderlicher Himmel, dessen Grau uns wie ein Katafalk zu bedecken und zu erdrücken schien. Ich konnte mich nicht mehr darauf besinnen, welche Straßen wir durchschritten, wenngleich ich mir sicher war, dass ich diesen Stadtteil bei meinen vorherigen Spaziergängen schon durchwandert hatte. Unter mein Unbehagen und Erstaunen mischte sich eine seltsame Verblüffung. Mir schien, als ob der alte Mann mich in ein Labyrinth des Unwirklichen, des Trügerischen und Zweifelhaften führte, in dem keine Wegzeichen existierten und es nichts Normales, Vertrautes oder Erlaubtes gab. Wie unter dem Heranrücken der Abenddämmerung verfinsterte sich die Luft, obgleich noch eine Stunde bis Sonnenuntergang fehlte. In diesem unheilschwangeren Dämmerlicht, das sich nicht weiter verfinsterte, sondern seinen Grad der Schattenhaftigkeit wahrte und alles seltsam verzerrt und in verschobenen unwirklichen Proportionen wirken ließ, erreichten wir schließlich unser Ziel. Es war eines der heruntergekommenen Anwesen und den Zeitpunkt seiner Erbauung hätte ich trotz meiner umfassenden architektonischen Kenntnisse nicht nennen können. Es stand ein wenig abgesetzt von den umliegenden Mietshäusern und an seinen dunklen Mauern und lichtlosen Fenstern schien eine tiefere Dunkelheit zu haften als die Düsternis der vorzeitigen Dämmerung. Es vermittelte mir einen Eindruck von gewaltiger Ausdehnung. Dennoch bin ich mir über seine genauen Ausmaße nie ganz klar geworden. Ich erinnere mich auch nicht an die Einzelheiten seiner Fassade bis auf jene hohe, schwere Tür oberhalb eines Treppenaufgangs, dessen Stufen wie vom Tritt unzähliger Menschenalter ausgehöhlt wirkten. Unter dem Druck der knorrigen Finger des alten Mannes schwang die Tür lautlos auf. Er winkte mir, dass ich als Erster eintreten sollte. Ich betrat eine lange Diele, die von silbernen, uralten Lampen ausgeleuchtet wurde, wie ich sie in tatsächlichem Gebrauch noch nie gesehen hatte. Ich glaube, da waren auch alte Gobelins und Vasen, zu dem Mosaikfliesen, doch sind die Lampen das Einzige, an das ich mich genau erinnere. Ihre weißen Flammen waren unnatürlich bewegungslos und verbreiteten ein kaltes Licht. Mir kam der Gedanke, dass sie schon immer auf diese Weise gebrannt hatten, ohne zu flackern, ohne dass das Öl aufgefüllt wurde, wie in einer erstarrten Ewigkeit, deren Tage sich von den Nächten durch nichts unterschieden. Am Ende des Stilenflurs betraten wir einen weiteren Raum, der auf ähnliche Weise beleuchtet war und dessen Mobiliar einen regelrecht altertümlichen Eindruck hinterließ. Am rückwärtigen Ende stand eine weitere Tür offen, die zu einer zweiten Kammer führte. Diese war offenbar mit zahlreichen Statuen vollgestellt, denn ich erkannte die Formen starrer Gestalten, deren Silhouetten von Lampen außerhalb meines Blickfeldes teilweise erleuchtet wurden. »Nehmen Sie Platz«, sagte mein Gastgeber und deutete auf ein prächtiges Lager. »In ein paar Minuten zeige ich Ihnen den Kopf, doch übereilte Hast ziemt sich nicht, wenn man der Medusa selbst gegenüber tritt.« Ich tat wie mir geheißen, mein Gastgeber blieb hingegen stehen. Im fahlen Lampenlicht sah er bleicher und älter und aufrechter aus als je zuvor. Ich erspürte eine sehnige, unnatürliche Kraft, eine teuflische Vitalität, die auf grauenhafte Weise nicht zu seinem weit fortgeschrittenen Alter passen wollte. Ich erschauerte, und das lag nicht nur an der Kälte der Abendluft und dem modrig-feuchten Gebäude. Natürlich hatte ich noch immer das Gefühl, dass die Einladung des alten Mannes irgendeine lachhafte Scharlatanerie, ein Mummenschanz war. Doch waren die Umstände, mit denen ich mich nun konfrontiert sah, ebenso unerklärlich wie geheimnisvoll. Dennoch fasste ich genug Mut, um einige Fragen zu stellen. »Natürlich«, so sagte ich, überrascht mich die Kunde, dass das Gorgonenhaupt bis in die Neuzeit überdauert hat. Falls die Frage nicht zu aufdringlich ist, wollen Sie mir nicht verraten, wie es in Ihren Besitz gelangt ist? Lachte der alte Mann mit scheußlich starrem Grinsen. Die Frage ist leicht beantwortet. Ich habe Perseus den Kopf beim Würfelspiel abgenommen, als er schon alt und tattrig war. Aber wie ist das möglich? entgegnete ich. Perseus lebte doch vor mehreren tausend Jahren. Nach Ihrer Rechnung stimmt das auch, aber die Zeit ist nicht ganz so einfach gestrickt, wie Sie denken. Zwischen den einzelnen Epochen gibt es Schleichwege, Umleitungen und Überlappungen, die Sie sich nicht träumen lassen würden. Ich sehe auch, es verwundert Sie, dass sich der Kopf in London befindet, aber London ist auch nur Einnahme und Verschiebungen, Abkürzungen, und Wechselspiele gibt es nicht nur in der Zeit, sondern auch im Raum. Seine Darlegung erstaunte mich, doch musste ich mir eingestehen, dass ihr eine gewisse Logik anhaftete. Ich verstehe, was Sie meinen, gab ich nach, und nun werden Sie mir natürlich den Kopf der Gorgone zeigen. So gleich, doch muss ich Sie erneut warnen, sich außerordentlich in Acht zu nehmen. Zudem müssen Sie sich auf seine übermäßige, überwältigende Schönheit ebenso gefasst machen, wie auf das ihm innewohnende Grauen. Wie Sie sich wohl denken können, liegt die Gefahr in der zuerst genannten Eigenschaft. Er verließ den Raum, kehrte jedoch gleich darauf wieder zurück und brachte einen metallenen Spiegel mit, welcher der gleichen Epoche zu entstammen schien wie die Lampen. Die Vorderseite war auf Hochglanz poliert, und die reflektierende Fläche nahm es in der Deutlichkeit der Spiegelung sehr wohl mit der von Glas auf. Doch die Rückseite sowie die Griffe, auf denen sich Laucoon gleich eingeschnitzte Gestalten in namenloser starrer Qual wandten, waren schwarz von der Patina verstrichener Jahrhunderte. Es hätte sich sehr wohl um den besagten Spiegel handeln können, den Perseus einst verwendet hatte. Der alte Mann drückte ihn mir in die Hand. Kommen Sie, sagte er und wandte sich den Blick auf den Spiegel gerichtet, ergänzte er, und sehen Sie nirgendwo anders hin. Sobald Sie jene Tür durchschreiten, befinden Sie sich in tödlicher Gefahr. Er schritt mir voran, sah dabei vom Eingang fort, hinweg über seine Schulter. Seine Augen brannten in einer boshaften Glut. Ich heftete den Blick auf den Spiegel und folgte ihm. Das Zimmer war größer, als ich erwartet hatte. Es wurde von zahlreichen Lampen ausgeleuchtet, die von silbernen Ketten herabhingen. Als ich über die Schwelle trat, dachte ich im ersten Moment, dass die steinernen Statuen den Raum zur Gänze ausfüllten. Einige standen in schmerzlich aufrechter Haltung da, andere lagen in ewiger qualvoll verdrehter Haltung auf dem Boden. Dann neigte ich den Spiegel ein wenig und sah, dass es einen begehbaren Zwischenraum gab, sowie am anderen Ende des Gemachs eine größere freie Stelle um eine Art Altar herum. Den gesamten Altar vermochte ich nicht zu erkennen, weil sich der alte Mann gerade in meinem gespiegelten Sichtbereich aufhielt. Doch die Gestalten um mich herum, auf die ich nunmehr ohne Vermittlung des Spiegels verstohlene Blicke warf, fesselten mein Interesse im Augenblick mehr als nur flüchtig. Sie waren samt und sonders lebensgroß und boten ein einzigartiges Wirrwarr aus historischen Zeitabschnitten dar. Doch schienen sie alle von der gleichen Künstlerhand zu stammen, ging man von der Gleichartigkeit des dunklen Materials, einem schwarzen Marmor, sowie dem ihnen gemeinsamen Realismus und der Lebensechtheit ihrer Ausführung aus. Es gab Mönche im Habitus des Mittelalters und Ritter in voller Rüstung. Da waren Soldaten und Gelehrte und Hofdamen der Renaissance und Restauration. Es gab Menschen aus dem 18., dem 19. und dem 20. Jahrhundert. Jeder Muskel, jede Haltung kündete von unglaublichem Leid und unaussprechlicher Angst. Und derweil ich sie musterte, bildete sich mehr und mehr eine scheußliche und grausige Schlussfolgerung in meinem Verstand heran. Neben mir grinste mir der alte Mann zu und starrte mich mit dämonischer Bosheit an. Sie bewundern meine Statuen Sammlung, sagte er, und wie ich sehe, sind sie auch von ihrer Wahrheit Treue beeindruckt. Doch vielleicht haben sie schon erraten, dass die Statuen mit ihren Modellen identisch sind. Diese Menschen sind jene Unseligen, die sich nicht damit zufrieden gaben, die Medusa nur im Spiegel anzuschauen. Ich warnte sie, so wie ich auch sie gewarnt habe, doch sie konnten der Versuchung nicht widerstehen. Ich brachte kein Wort heraus. Meine Gedanken schwirrten in Schrecken, Bestürzung, Verblüffung. Hatte der alte Mann mir vielleicht doch die Wahrheit gesagt, besaß er tatsächlich einen so unmöglichen und im Reich der Legenden verhafteten Gegenstand wie das Gorgonenhaupt? Die Züge, die Haltungen dieser Statuen waren zu lebensecht, zu bildgetreu. Aus ihnen sprach eine todbringende Angst und in den Gesichtern spiegelten sich vernichtende und dennoch unaufhörliche Qualen. Kein menschlicher Bildhauer konnte sie erschaffen, konnte die Gesichtszüge und die Gewandungen mit einer derart vollendeten und grauenhaften Authentizität angefertigt haben. Und nun, sprach mein Gastgeber, nachdem sie jene gesehen haben, die von Medusas Schönheit überwältigt wurden, nun ist es an der Zeit, dass sie die Gorgone selbst erblicken. Er trat beiseite, wobei er mich unentwegt musterte, und im metallernen Spiegel sah ich nunmehr zur Gänze den sonderbaren Altar, den sein Körper bislang zum Teil vor meinen Blicken verborgen hatte. Er war mit schwarzem Trauerstoff verhüllt, und zu beiden Seiten brannten die hohen reglosen Flammen der Lampen. In der Mitte stand fürwahr auf einer silbernen oder güldenen Patene das Haupt selbst, in dessen wirren Locken sich Schlangen wandten und aufrichteten, ganz wie die uralten Mythen es beschrieben hatten. Wie kann ich umschreiben, kann ich auch nur andeuten, was jenseit der erblickte ich ein Gesicht von unaussprechlich strahlender Blässe, ein Totenantlitt, dem die blendend leuchtende Pracht himmlischer Verderbtheit, übermenschlicher Bosheit und unendlicher Pein entströmte. Die liedlosen, unerträglichen Augen, die Lippen, die sich zu einem peinigenden Lächeln verzogen hatten. Das Antlitz war schön, es war schrecklich, es stand jenseits aller Gesichter, die Mystiker oder Künstler je vermeldet haben. Das Licht, das aus seinen Zügen quoll, war das Licht von Welten, die für die menschliche Wahrnehmung zu hoch oder zu tief liegen. Ihm wohnte jenes Grauen inne, welches das Mark in Eis verwandelt und jener Gram, welcher wie ein Blitz tötet. Lange starrte ich in den Spiegel mit jener erschauernden Ehrfurcht des Suchenden, der den unverschleierten Anblick des letzten Mysteriums erblickt. Bis in mein Inneres war ich erschrocken, abgestoßen und fasziniert, denn was ich hier sah, war der ultimative Tod, die ultimative Schönheit. Mich drängte es danach, doch wagte ich es nicht, mich umzudrehen und meinen Blick zu jener Wirklichkeit empor zu heben, deren bloßes Spiegelbild bereits tödliche Pracht ausstrahlte. Der alte Mann war näher herangetreten, abwechselnd starrte er in den Spiegel und dann mit unauffälligen Blicken auf mich. Ist sie nicht wunderschön, raunte er, könnten sie sie nicht bis in alle Ewigkeit ansehen und sehnen sie sich nicht danach, sie ohne die Vermittlung des Spiegels anzusehen, welche ihr kaum gerecht wird? Ich erbebte bei seinen Worten und der unbestimmbaren Andeutung, die in ihnen mitschwang. Nein, nein, schrie ich heftig auf. Alles, was sie sagen, ist wahr, ich gestehe es ein, aber ich werde nicht länger hinsehen, und ich bin nicht so verrückt, mich in ein steinernes Abbild verwandeln zu lassen. Mit diesen Worten drückte ich ihm den Spiegel in die Hand und wandte mich zum Gehen. Ein die Verlockung der Medusa und verabscheute den bösen Alten mit einem Widerwillen, für den es weder Grenzen noch Worte gibt. Klappernd fiel der Spiegel zu Boden, als der alte Mann ihn fallen ließ und mich mit tigerhafter Gewandtheit ansprang. Mit seinen knurrtigen Händen packte er mich, und obgleich ich ihre sehnige Kraft gespürt hatte, war ich doch nicht auf die dämonische Stärke vorbereitet, mit der er mich herumwirbelte und in Richtung des Altars stieß. Sieh hin, sieh sie an! Er kreischte, und es klang wahrlich wie die Stimme eines Teufels, der die verlorenen Seelen dazu drängt, ein noch tieferes Loch der ewigen Verdammnis anzustarren. Instinktiv hatte ich meine Augen geschlossen, doch spürte ich die sengende Strahlung selbst durch meine Lieder hindurch. Ich wusste, ja, ich glaubte in meinem Medusa ins Angesicht blicken. Wie ein Wahnwitziger kämpfte ich gegen den Griff, der mich umklammert hielt, doch schien es mir nichts zu nützen, also verwandte ich meinen ganzen Willen darauf, meine Augen nicht einmal um die Breite einer Wimper anzuheben. Plötzlich waren meine Arme wieder frei. Ich spürte, wie die teuflischen Finger über meine Stirn tasteten und hastig nach meinen Augen suchten. Ich wusste, was sie bezweckten und wusste auch, dass der Alte selbst die Augen geschlossen hielt, um dem Verhängnis zu entgehen, das er mir zugedacht hatte. Ich rieß mich los, wandte mich um, ich rang mit ihm. Wir lieferten uns einen wahnwitzigen, wirbelnden Kampf, als er danach trachtete, mich mit einem Arm herumzureißen und mit der anderen Hand ganz allmählich wurde ich herumgedrückt. Mein Kopf war im vergeblichen Bemühen, den suchenden Fingern zu entgehen, bis zur Bruchgrenze der Wirbel in den Nacken gebeugt. Nur wenig länger und er hätte mich bezwungen. Doch der Platz, auf dem wir rangen, war beengt und mittlerweile hatte er mich bis an die Reihe der steinernen Gestalten zurückgedrängt, von denen einige in liegender Haltung am Boden erstarrt waren. Über eine solche muss er gestolpert sein, denn plötzlich fiel er mit einem wilden Schrei der Verzweiflung und im Niedergehen löste sich sein Griff. Ich hörte, wie er mit einem einzigartig schweren Schlag zu Boden fiel, mit einem Schlag, der nach etwas härterem, massiverem und trägerem als dem Leib eines Menschen klang. Mit geschlossenen Augen blieb ich stehen und wartete, doch vom alten Mann war kein Geräusch, keine Bewegung wahrzunehmen. Ich beugte mich zu Boden und wagte einen Blick aus halb geschlossenen Augen. Er lag zu meinen Füßen neben der Figur, über die er gestolpert war. Ich benötigte nur einen Blick, um in all seinen Gliedern und Zügen die gleiche Starre und das gleiche Grauen zu erkennen, die auch den anderen Statuen zu eigen waren. Genau wie sie war er auf der Stelle zu einem Abbild aus dunklem Stein geworden. Im Sturz hatte er unmittelbar das Antlitz der Medusa erblickt, wie auch seine Opfer es erblickt hatten, und jetzt würde er für immer bei ihnen bleiben. Ohne meinen Augen einen Fokus zu bieten, entkam ich irgendwie diesem Gemach. Ich fand aus dem schrecklichen Gebäude hinaus, strebte danach es auf dem Weg durch halb verlassene und geheimnisvolle Alleen, die nicht in das London meiner Zeit gehörten, aus Sichtfeld und Gedächtnis zu verbannen. Die Grabeskälte eines uralten Todeshauches lastete auf mir. Sie hing im Gespinst des zeitlosen Dämmerlichts in jenen unnennbaren Straßen und um ihre namenlosen Häuser und sie folgte mir auf meinem Lauf. Doch schließlich erreichte ich, durch welches Wunder weiß ich nicht, eine vertraute Straße, in der sich Menschen in der laternen hellen Abenddämmerung drängten und nichts Unheilvolles die Luft kühlte als ein sich herabsenkender Nebel.